Let's go! Okay. Aller. Sieht cool aus. Servus! Äh, gehen wir mal da neu. Ah, hallo. Also könnt ihr das Power-Up nehmen? Was ich lieber mache, als mich hier entdecken. Über diese komischen Wipfel da zu schwingen. Ach, war das schon wieder... War schon wieder andere Liga von schlecht. Okay. Wir bauen jetzt in der Haus. Ups, dann weg. Aber wir können ja auch oben lang, oder? Ah, wäre... Gott sei Dank habe ich dieses... Es ist noch zwei. Okay. Hä? Was? Ach. Da schaut mal einer an. Zeit für ein Quiz. Was? Was kann man in Seifenblasenform tun? Seifenblasenform? Schmutz abwaschen? Das war wohl richtig. Okay. Was ist der Schwierigkeitsgrad dieses Levels? Drei. Okay. Okay, 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 okay. Ich bin dabei. Jetzt mal die letzte Frage. Wie viele Goombas hast du schon... What the hell? Ich sag 119. Das war die... Die weirdste Zahl, die es gab. Okay. Okay, das war pretty cool, irgendwie. Aber, ey, nicht leicht zu finden. Das muss man... Wirklich sagen. Das Ding ist irgendwie ein bisschen bitter. Oh, das mach ich. Das in dem Quiz war grad zu gut. So, Leute. Und dann jetzt 11 nicht vergessen. Jawoll, ein da. Das hier, Leute, sieht schwerer aus als es ist. Ihr müsst einfach nur geradeaus durchlaufen. Wirklich. Einfach durchrennen. Ich hab auch ein bisschen gebraucht, um das zu raffen. Aber, jetzt haben wir's. So. Here we go. Ah ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Wunderbar. Hat funktioniert. So, Obacht vor dem Baumel. 吉akt Das. Bye. Eberbeer. gif簡單 Und dann sage ich, wie Herr黨